Hallo, heute ist schon der 20. Dezember und wir schauen mal bei unserer Strategisch-Marketing-Challenge für unsere Personal Brand Weihnachtsmann, was uns das 20. Adventskalendertürchen bietet. Was ist noch wichtig, wenn du deine Personal Brand aufbaust? Richtig, die Online-Medien. Journalisten zum Beispiel nutzen gerne Twitter. Wenn du im Business unterwegs bist, nutze LinkedIn, Senioren, Facebook und Podcast, Mitteljung, Instagram und YouTube, ganz klar, Jung, Snapchat, TikTok und Dinge, die wir noch gar nicht kennen. Nutze deine Hilfsmittel, die du hast und mach einen Plan. Und ich freue mich, hör morgen wieder rein. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020